Was kaufen im Low-Level? Was kaufen im High-Level? Und was kauft man dazwischen? Genau das gucken wir uns jetzt an. Mit den ersten Setups sparen wir natürlich auf das erste große Ziel. Und das erste große Ziel ist Level 20 zu erreichen, denn ab Level 20 können wir hier zum Wolchow. Und am Wolchow gehen wir einkaufen. Übrigens auch in Zukunft immer schön am Wolchow kaufen, denn der Wolchow hier am Gewässer, das ist quasi eine Location, die halt sehr nah ist von einer großen Stadt. Das heißt, diese Versorgung des Shops ist sehr gut gegeben. Man hat kaum Gegenstände, die ausverkauft sind. Anders bei anderen Shops, die sind immer mal wieder gerne ausverkauft. Das liegt einfach daran, dass die Versorgung mit Gütern ganz schlecht ist. Hier ist es so, immer gut versorgt, immer Top-Preise, also immer 100% Preise. Nicht wie bei manchen anderen Gewässern 105, 110% vom Normalpreis sozusagen. Ja, was machen wir denn? Wenn wir nun Level 20 geworden sind, wir wollen den leichtesten Weg gehen, also den Allround-Angler-Weg sozusagen. Alles mitnehmen, was sinnvoll ist, alles mitnehmen, was uns XP und Silber bringt, dann kaufen wir hier als erstes etwas fürs Grundangeln. Im Idealfall ist man schon bei 60% im Grundangeln, wenn man auch schon Level 20 erreicht hat. Wenn du noch keine 60% hast im Grundangeln, dann angelst du einfach weiter, verdienst noch ein bisschen Silber, sparst noch ein bisschen weiter. Und wenn du erst mit Level 21 die 60% hast, dann kaufst du halt erst mit Level 21. Grundsätzlich muss man sagen, das Schlechteste, was man immer machen kann, ist, ich habe es noch nicht erreicht, das Ziel. Ich kaufe jetzt schon mal eine schlechtere Alternative. Das fällt einem später dann quasi auf die Füße. Man hat sich was Schlechteres gekauft. Man muss sich drei, vier Level später wieder was Neues kaufen. So viel Silber verdient man im Game gar nicht. Also, ab 60% können wir Karpfenrouten kaufen. Bedeutet, wir kaufen uns Karpfenrouten. Und zwar kaufen wir uns die Fortuna Carp 360 XH. Diese Route ist der absolute Hammer. Nutzbar theoretisch schon ab Level 16. Aber ab Level 16 gibt es noch keine gute, passende Rolle dafür. Das heißt, wir sparen uns das Geld bis Level 20 und gehen dann richtig shoppen. Wir nehmen da auch die XH-Version. Auch hier wieder keine halben Sachen machen. Weder die H- noch die M-Version nehmen, sondern das Schwerste, was wir bekommen können. Extra hart XH, das wollen wir hier haben, damit wir damit richtig schön die Karpfen auch rauspumpen können. 39 Kilo Tragfähigkeit, das ist schon mal gut. Das bedeutet, wir können die auch später noch im Endgame weiter benutzen. Zumindest am Anfang vom Endgame noch lange verwenden. Und dazu kaufen wir uns dann natürlich eine passende Rolle. Und wie auch schon in den anderen Videos erwähnt, gibt es hier eine wirklich gute Rolle, die man als Allround-Angler einfach für ganz verschiedene Einsatzgebiete verwenden kann. Der Vorteil von der Siberia-Kaliber HSV 8000 liegt bei der sehr hohen Schnurfassung. Das heißt, wir kriegen hier wahnsinnig viel Schnur drauf. Wir haben hier so einen großen Karpfenspulenkopf, wo hier sehr viel dicke Schnur drauf passt. Der nächste Vorteil, wir haben eine richtig gute Bremskraft im Verhältnis zum Preis. Also für das wenige Silber bekommen wir richtig viel Bremskraft. Das gesamte Setup wird dann so aufgebaut, wenn wir jetzt hiermit zum Beispiel auf Karpfen angeln wollen. Wir haben hier einmal die Fortuna Karp, hier jetzt in der Kombination mit der HSV 8000. Hier drauf passend eine 19 Kilo Monoschnur. Der Vorteil bei Monoschnuren ist immer, dass sie weniger Verschleiß wiederum auf der Rolle haben, weil sie einen schönen Gummieffekt haben. Sie haben so ein bisschen Dehnung mit drin. Das Schöne ist, auch wenn diese Schnur hier sehr dick ist, haben wir trotzdem immer noch die gesamte Spule hier auf der Rolle drauf. Also die kompletten 300 Meter. Hier würden sogar von einer so dicken Schnur 394 Meter drauf passen. Passend zur Hauptschnur wählen wir dann natürlich auch noch ein Ledcore. Hier jetzt mit 18,1 Kilo. Und dann nochmal ein kleines Vorfach, auch nochmal hier mit 18,1 Kilo. Das könnte man natürlich auch noch etwas kleiner wählen. Aber wir wollen ja auch hier die Rolle richtig schön ausnutzen. Mit 18,1 passt das schon ganz gut. Einser Haken und jetzt hier in dem Fall beim Pop-Up-Rig einfach nur mal Maiskorn drauf und einen Dip und los geht's. Ja, dieses Setup kauft man sich dann dreimal. Dreimal ein perfektes Grundsetup für das Midgame. Und damit geht es dann in Richtung Endgame. Das Schöne ist, wir holen uns dann im Endgame einfach nur noch bessere Rollen. Welche Rollen das sind, siehst du im Endgame-Video. Wenn wir im Midgame Spinning machen wollen oder auch schleppen gehen wollen, empfiehlt sich eine Route, die wir auch dann wieder im Endgame weiterverwenden wollen. Hier empfiehlt sich die Karma Mechta SF78MH. Eine mediumharte Route. Vorteil von mediumharten Routen. Wir können große Rollen verwenden und haben trotz allem ein richtig schön geringes Wurfgewicht. Hervorragend auch fürs Angeln zum Beispiel später an der Yama. Dort können wir diese Route sehr gut verwenden für den Anfang. Gerne auch hier noch mit der gerade schon genannten HSV-Rolle. Da schließt sich wieder der Kreis. Anfangen mit dem Grundangeln und dieser HSV-Rolle. Weiter dann fürs Spinning. Ihr seht, das Ding ist gar nicht mal so teuer. 900 Silber kriegt man sehr schnell zusammengeangelt. Dann hat man hiermit eine richtig gute Route, ob es fürs Hechtangeln ist, fürs Angeln am Koori, später dann fürs Angeln auch an der Yama. In der Vergangenheit habe ich selbst immer gerne auch die Super Duty empfohlen. Ob es jetzt diese ist oder diese, ja, das kann man theoretisch noch machen. Ja, auch diese Routen kann man immer noch gut verwenden. Aber fürs Endgame braucht man diese Routen so gut wie gar nicht mehr. Dazu kommt, man lässt sich schnell davon irritieren, hervorragende Tragfähigkeit hier von 30 Kilo. Aber mit was will man denn diese 30 Kilo ausnutzen? Mit einer 15 Kilo Bremse? Also absolut nicht sinnvoll, eine 15 Kilo Bremse zu verwenden mit einer 30 Kilo Route. Da ist das Limit natürlich bei der 15 Kilo Bremse gesetzt. Heißt also, wenn wir da auf dicke Brocken gehen wie schwere Lachse am Wolchow, dann macht es also keinen Unterschied, ob wir jetzt mit einer 20 Kilo Tragkraftsroute unterwegs sind oder 30 Kilo Tragkraftsroute. Richtig nutzen können wir diese dann eh nicht. Eine andere Möglichkeit wäre hier vielleicht noch die Model 1. Auch das ist durchaus nochmal eine Idee. Das ist hier eine M-Route. Auch das wäre durchaus nochmal eine Möglichkeit. 5 bis 30 Gramm hier am Wurfgewicht. Auch das sieht schon richtig gut aus. Auch der Preis ist richtig gut. Und hier haben wir eine Tragfähigkeit von 23 Kilo. Also auch das passt hervorragend zu einer Mid-Game-Rolle. Welche Routen sich im späteren Verlauf auch noch weiter eignen fürs Spinning? Auch das wird im Endgame-Video gezeigt. Wenn wir als Allround-Angler zwischendurch Posenangeln machen wollen, können wir entweder sehr sparsam unterwegs sein und einfach nur auf der Stippe bleiben. Das sollte in der Regel reichen fürs Haseln und Laubenangeln. Um das Posenangeln etwas leichter zu machen, habe ich mir die Bolognese-Route geholt. Und zwar hier die günstigste, die es zu kaufen gibt. Diese Route habe ich mir dreimal geholt. Der Vorteil ist, wenn hier mal beim Angeln auf Laube oder auf Hasel ein dicker Döbel zum Beispiel reingeht, haben wir hier jetzt einfach eine Rolle mit drauf. Und das heißt, wir können den Döbel einfach müde drillen. Was für die Stippe äußerst schwierig ist oder zum Abriss der Schnur führt, das können wir hier natürlich einfach umgehen. Wir haben eine kleine Rolle da drauf und machen diesen Döbel dann einfach müde. So verwende ich das Setup regelmäßig eben auch fürs Froschangeln. Hier mit einer sehr guten Schnur, Invisible Monoschnur in Verwendung. Und ihr seht hier mit einer super günstigen Rolle drauf. Das Ganze ist halt ein super günstiges Setup, aber pusht einen schon mal richtig schön weiter auch im Posenangeln, damit man dann irgendwann aufs Matchangeln kommt. Und beim Matchangeln sind wir dann wiederum im Endgame. Und dazu gibt es natürlich im Endgame-Video weitere Informationen. Wenn ihr euch aber schwerpunktmäßig auf das Posenangeln konzentrieren wollt, dann hatte ich auch im Anfängervideo schon gezeigt, hier die Linea Bolognese, das wäre eine Möglichkeit. Und dann muss man vielleicht doch noch ein bisschen länger sparen auf Level 22. Und dann macht es Sinn, hier nochmal sich eine etwas bessere Route zu holen. Alle Routen zuvor haben einfach nicht ausreichend Tragfähigkeit. Also wenn ihr da schon ein bisschen größer reingehen wollt, vielleicht auch da schon die ersten Karpfen ziehen wollt, seid ihr natürlich hier mit dieser Route, die Spirit Bolognese, plus 5 aufs Posenfischen, auch das ist immer noch richtig sinnvoll. Also diese Route hier nehmen, plus auch hier wieder gerne mit der HSV reingehen. Und dann hat man hier wirklich eine gute Kombination. Ihr seht aber leider erst möglich ab Level 22. Darunter ab Level 21 hier nur mit 7 Kilo an Tragfähigkeit, 8 Kilo Tragfähigkeit. Ihr seht, das ist alles nicht so wahnsinnig gut. Eine Zwischenlösung wäre hier die Model 1. Da liegen wir bei ungefähr 10 Kilo an Tragfähigkeit. Ja, aber wir wollen ja keine Zwischenlösung. Wenn, dann richtig. Lange sparen, gut kaufen, damit man es auch lange verwenden kann, das Setup. Denn so viel Silber verdient man einfach nicht im Game. Es kommt immer wieder die Fragen auf, was ist denn mit Baitcast? Baitcast ist doch so geil. Ja, absolut richtig. Baitcast macht auch richtig Bock. Und zwar in diesen beiden Extremfällen. Also Extremfall super leichtes Angeln und Extremfall super schweres Angeln. In diesen beiden Bereichen macht es absolut Sinn, weil das Setup in diesem leichten Bereich sehr gut ist und auch im hohen Bereich sehr gut ist. Im mittleren Bereich ist es einfach nur wahnsinnig teuer. Man verdient kaum so viel Silber, dass man sich das leisten kann. Und man ist natürlich auch super konzentriert auf nur diese Möglichkeit. Wenn man sich hier eine passende Rolle kaufen möchte, das Ganze ist relativ teuer und man kauft sich diese Rolle eben nur für Spinning und kann es nicht weiter verwenden fürs Posenangeln oder fürs Grundangeln. Dementsprechend empfiehlt sich im Midgame absolut erst mal das Spinning und die Spinning Routen. Und wie gerade schon gesagt, im Endgame, dann geht es dann aufs detaillierte Angeln. Dann kauft man sich einfach das, was man gerade möchte. Ja, dann gibt es natürlich noch Kleinigkeiten, die man sich im Midgame auch so Stück für Stück einfach dazu holt. Zum einen das Fernglas, dass man vielleicht so zwei Zoomstufen hat. Das ist natürlich gerade für die Posenangler immer wieder ganz praktisch oder mal so eine Campinglampe. Dann geht man natürlich schon einfach auch mal dahin, dass man das Game einfach so ein bisschen genießt. Denn sobald man das erste Grundsetup dreimal zusammengestellt hat, kommen die Kohlen einfach rein. Und das nutzen wir natürlich auch aus, gerade wenn man als Grundangler dann eben auch sein Silber verdient. Vielleicht auch beim Karpfenangeln holen wir uns alles das, was noch weiter wichtig ist. So zum Beispiel zum Skillen der Köderbeschaffung nochmal. Den Köderfischeimer für knapp 1000 Silber. Die Kombizange, damit wir vernünftige verschiedene Vorfächer herstellen können. Oder hier den Baitgrinder. Ihr seht, das sind alles wieder große Summen, die man ausgibt im Midgame, damit man startklar ist, eben dann auch später fürs Endgame. Auch so Kleinigkeiten wie natürlich eine Schaufel oder eben das Filetiermesser oder hier die Schöpfkelle. Das sind so Sachen, die man entweder im Earlygame oder halt im Midgame spätestens dann so ab Level 20 plus sich dann leistet, wenn man das erste Midgame-Grundsetup gekauft hat. Ja, und das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, das Game zu spielen und eine sehr gute Möglichkeit, durch das Game zu kommen, mit viel Sparen, mit Routen und Rollen, die man ganz wichtig, lange verwenden kann. Also man kauft sie einmal und hat sie quasi in allen Levelphasen immer noch im Einsatz oder man kann sie immer noch gut verwenden. Das ist immer mein Ansatz gewesen, dass man eben gut überlegt, einkauft und sein Silber dort ausgibt, wo man es später eben nicht bereut, dass es dann einfach nur noch in der Tasche rumliegt. Sind das denn die einzigen Rollen und Routen, die gut sind? Absolut nicht. Und dazu werde ich nochmal ein Video machen zu Plan B-Setup sozusagen. Es gibt eine Handvoll Routen und Rollen, die immer wieder richtig gut sind, die sich auch lohnen und die man sich auch kaufen kann, wenn man zum Beispiel mal eine Pause gemacht hat im Game. Man hat vor Jahren viel geangelt. Man hat sich zum Beispiel so was wie eine Alpha 8000 gekauft. Mit der habe ich auch selbst vor Jahren angefangen, am Bärensee zu angeln. Aber das ist halt mittlerweile nicht mehr up to date. Es gibt einfach mit jedem neu erschienenen Gewässer immer Neuerungen im Game und man muss sich eben auch auf die Neuerungen anpassen, einstellen und dementsprechend auch sein Setup anpassen. Also, welche Routen und Rollen man als Plan B-Version sich auch noch kaufen kann, das gibt es dann im nächsten Video. Wenn dir das Ganze jetzt hier geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Das Video hör mal für heute, daothen Ciao. Bis zum nächsten Mal. Schatz. Bis zum nächsten Mal. Du inventher 75% woah. Und schnitz, Darü Wen,